Willkommen beim Inventor 2017 Barenmetric Projects Kurs von Rende. Dieser Kurs wird die Techniken und Werkzeuge von Inventor 2017 für die Realisierung von parametrischen Projekten abdecken, für Sie, die den Erfinder bereits kennen und sich verbessern möchten. In dieser ersten Klasse werden wir den Kurs Inventor 2017 Barenmetric Projects vorstellen, in dem wir im Allgemeinen die zu erlernenden Themen sehen werden. Los, los geht's! Der Kurs ist in fünf Module organisiert, die aus Lektionen, Praxisbeispielen und ergänzenden Übungen bestehen. In den Klassen werden die Befehle und Werkzeuge, ihre Verwendungsweisen und Konzepte Schritt für Schritt erklärt. In den praktischen Beispielen werden die Befehle und Werkzeuge angewendet, die bereits im Modul untersucht wurden, in einer realen Situation, ihre Verwendung zu trainieren. In den ergänzenden Übungen werden Aufgaben für den Schüler vorgeschlagen, zu tun und zu trainieren, um das Lernen zu überarbeiten. Im ersten Modul werden die Konzepte der Parametrisierungen in OZoDesk Inventor 2017 vorgestellt. Wir werden den Parametrier-Unges-Prozess verstehen, lernen, wie man grundlegende Parametrisierungen bei der Konstruktion von Teilen erstellt und Baugruppenkonzepte überprüft. In Modul 2 lernen wir, wie man Parameter in der Entwicklung von Skizzen und 3D-Operationen einfügen, visualisieren und bearbeiten kann. Wir werden auch lernen, wie man Parameter mit Excel erstellt, wie man sie in Inventor importiert und wie man Parameter aus anderen Teilen in das Modell importiert. In Modul 3 lernen wir, wie man die Baugruppenbeziehungen parametrisiert. Wir werden uns ansehen, wie sie mit Parametern arbeiten, um eine Beziehung zwischen Teilen in Baugruppen zu erstellen. Wir werden auch sehen, wie Baugruppenbedingungen noch in der Teilerstellungsumgebung eingefügt werden, den Baugruppenschritt optimieren und die Baugruppenform des Teils standardisieren. In Modul 4 werden wir sehen, wie man Parameterregeln hinzufügt und deren Anwendung versteht. Wir werden auch sehen, wie numerische Parameter direkt zur Parameter-Tabelle hinzugefügt werden. Schließlich werden wir in Modul 5 unser Wissen konsolidieren und Fallstudien durchführen, die die während des Kurses erlernten Konzepte und die Anwendung der Werkzeuge überprüfen. Wir werden dies anhand praktischer Beispiele tun, bei denen wir die Parametrisierung einiger Teiler und Baugruppen mit verschiedenen Anwendungen durchführen. Nach Abschluss dieses Kurses wird der Schüler in der Lage sein, Projekte für verschiedene Anwendungen professionell zu entwickeln. Wir wünschen Ihnen ein gutes Lernen. Render, wer weiß, lehrt.